Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch verraten, weshalb ich Festbrennweiten immer noch lieber benutze als Zoom-Linsen, wofür meine Begriffe die Vorzüge daran liegen, aber auch natürlich die Nachteile. Und ich möchte direkt anfangen mit dem ersten Punkt, und zwar ist das die Größe und das Gewicht. Offensichtlich, wenn wir hier mal in die Runde schauen, gibt es einen definitiven Unterschied zwischen Festbrennweiten und Zoom-Linsen, gerade wenn ich mir jetzt das 70-200 hier hinlege, Blende 2.8 und dazu ein 35er, Blende 1.4. Ich schiebe das mal kurz hier zur Seite. Offensichtlich gibt es da einen Größenunterschied, obwohl das schon deutlich schwerer ist, als man denkt. Ist das nochmal einen Zacken schwerer, schärfer nicht, aber schwerer und auch deutlich größer und wuchtiger und hat natürlich seine Daseinsberechtigung mit dem Zoom-Bereich, mit der Blende von 2.8, ist aber halt dann auch wieder ein Brocken. Und das packst du auch nicht einfach mal eben in den Rucksack oder in so eine kleine Tasche. Das nimmst du wahrscheinlich gezielter mit. Und so ein 35er ist jetzt zwar auch nicht mehr so mini und so leicht, aber das nehme ich durchaus mal lieber mit, beziehungsweise so ein 50mm, keine Frage, oder das 28er hier sind also wahnsinnig kleine Objektive, wenn man die jetzt mal im Gegensatz zu einer Zoom-Linse betrachtet. Was ich natürlich auch sehr gerne immer als Vergleich heranziehe, ist das 24er 1.4 von Sony. Das gibt es aber auch von Canon, demzufolge kann man das auch da recht gut vergleichen. Und all diese Linsen sind kleiner und leichter und allein deshalb benutze ich sie schon viel lieber, gerade wenn es darum geht, ich weiß nicht, was mich erwartet, dann nehme ich gern mal das 35er oder das 24er einfach mal mit oder packe das mit dazu, um sicher zu sein, gerade wenn es ums Filmen geht oder wenn ich jetzt einen speziellen Look möchte. Denn ich bin mit 35 und 24 dann doch recht flexibel. Und ich habe, und da kommen wir gleich zum zweiten Punkt, die Möglichkeit, deutlich offenblendiger zu fotografieren oder zu filmen. Klar, ich brauche nicht immer die Blende 1.4. Auch wenn ich es benutzen könnte, macht es nicht immer Sinn, weil du deutlich mehr Unschärfe im Bild hast, also der Bereich der Schärfe ist deutlich kleiner, deutlich geringer als mit Blende 2.8 oder 4.0, auch in Vollformat. Und demzufolge macht es nicht immer Sinn, bis aufs Äußerste zu gehen. Aber ich kann bis zum Äußersten gehen, bis zu 1.4, wenn ich es denn muss. Und das ist durchaus ein Argument. Also selbst 28 Millimeter kann ich auf Blende 2.0 benutzen. Das kann ich mit dem 70-200 nicht. Und das kann ich mit dem 200-600 von Sony, was schon ein ordentliches Stück ist, sage ich mal. Also wiegt halt auch dementsprechend, wobei es auch nicht so schwer ist, wie man denkt. Aber es ist keine Frage, es wiegt deutlich, deutlich mehr als die Festbrennweiten und auch noch mal mehr als das 70-200 von Canon hier. Aber auch das hat seine Daseinsberechtigung. Und ich kann aber damit natürlich nicht so weit offenblendig fotografieren, wie ich es mit den Festbrennweiten hier machen kann. Das heißt also, ich bin gerade, was das Lowlight-Verhalten angeht, da kommen wir zum nächsten Punkt, beziehungsweise zum Rauschverhalten, bin ich auch noch mal besser unterwegs, wenn ich die Blende weiter öffnen kann. Und Blende 1.4 oder Blende 2.8, ja, das sind die beiden hier beispielsweise, das ist ein Unterschied. Das ist definitiv ein Unterschied. Und wenn ich jetzt ein 24-105 Objektiv habe, was ein super Allrounder ist, aber nur Durchgangsblende 4 hat, Durchgangsblende 4, und kann dann hier auf Blende 1.4 gehen, das ist dann halt schon noch mal ein deutlicher, deutlicher Unterschied. Also ob ich dann ISO 4000 oder so benutze oder ISO 800, das siehst du dann schon im Bild. Also bis zu einem gewissen Punkt siehst du das nicht wirklich in den Bildern, und ob du ISO 800 oder ISO 1600 hast. Aber ISO 6400 in ISO 1600, das siehst du dann schon. Das siehst du, auch bei den neueren Kameras ist das durchaus sichtbar. Und wenn ich die Möglichkeit habe und der Look es zulässt, dann greife ich natürlich viel lieber zum Festbrennweidensystem mit der Blende 1.4 und gehe quasi in der ISO nicht ganz so weit nach oben. Und nicht zuletzt ist natürlich auch immer noch entscheidend, was ich dafür bezahle. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Natürlich bin ich mit den Festbrennweiden in der Regel im Vergleich kostengünstiger. Auch wenn Objektive wie das 24er 1.4 von Sony hier natürlich mit doch deutlich mehr Preis zu Buche schlagen, als jetzt so ein 28er von Sony, was ja wirklich total günstig geworden ist. Und selbst das 35er von Sigma, beziehungsweise auch das native 35er von Sony, ja, dann sind wir natürlich schon hier bei Preisklassen, die schon jenseits der 1.000-Euro-Marke sind. Aber im Vergleich zu einem 70-200 Blende 2.8, und da sprechen wir erstmal vom Neupreis, bin ich immer noch besser dran. Ich bin wesentlich günstiger immer noch im Vergleich und habe eine größere Offenblende, habe all die Vorzüge mit der Größe und mit dem Gewicht. Und das sollte man sich schon mal durchdenken. Klar ist der Preis dann zum Blende 4 Objektiv, also wenn wir bei dem 70-200 bleiben im Vergleich, ist der Preis dann natürlich wieder relativ, aber die Blende Rauschverhalten und so weiter kommt halt dann wieder. Und da sage ich mir, okay, da bin ich natürlich viel lieber bei den Festbrennweiden und habe dann natürlich den Nachteil, dass ich für jede Brennweide, die ich möchte oder die ich brauche, ein dementsprechendes Objektiv dabei haben muss. Das ist also ein Nachteil, muss man gleich dazu sagen. Also ich kann mit 24 Millimetern offensichtlich nicht wie 50 Millimeter oder wie 15 Millimeter fotografieren. Klar. Und ich kann natürlich auch nicht mit einem 50 Millimeter Objektiv genauso fotografieren wie mit 70 oder wie mit 100 Millimetern. Auch klar. Das heißt, ich muss für die dementsprechenden Brennweiden mir die Objektive kaufen und dann komme ich, und das ist halt auch wieder ein Nachteil, im Preis schon dann wieder teurer. Also wenn ich jetzt 50 Millimeter kaufen muss und 100 Millimeter oder 105 Millimeter von Sigma, dann bin ich im Preis deutlich höher als jetzt beispielsweise das 35 150 von Sigma. Oder wenn ich mir das 70-200 Blende 2.8 kaufe, das nimmt sich dann nicht mehr viel, beziehungsweise bin ich mit dem Zoom-Objektiv dann schon günstiger. Habe keine 50 Millimeter, okay, aber habe einen Zoom-Bereich, der schon sehr, sehr viel abdeckt. Und das ist gerade für Portrait-Fotografen und auch einige Landschaftsfotografen durchaus das Brot- und Butter-Objektiv. Demzufolge sollte man sich das überlegen, ob man dann wirklich für jeden Brennweidenbereich dann eine Festbrennweide kaufen möchte oder muss. Oder ob vielleicht nur eine Auswahl ausreicht und dann vielleicht hier und da doch mit Zoom-Objektiven ergänzt wird. Aber das ist natürlich immer so die Frage, wie die persönlichen Präferenzen sind. Ich selbst bin sehr glücklich mit der Auswahl, dass ich von 24 Millimetern bis 50 Millimeter zumindest, ich habe noch ein 105er Objektiv und ein 100 Millimeter Objektiv, ein Makro, dass ich quasi von 24 bis 100 Millimeter Festbrennweiden habe, wo ich ein bisschen variieren kann. Es ist immer die Frage, ob man alles braucht. Ich bin der Meinung, je nachdem, was du machen möchtest, also wenn du mehr im Portrait-Bereich unterwegs bist, dann wirst du wahrscheinlich eher 35, 50 und vielleicht auch noch 24 Millimeter anschauen. 28 ist für mich da so eine weder Fisch- noch Fleisch-Objektiv-Geschichte, was Portraits angeht, kann auch interessant und spannend sein. Aber dann würde ich eher zum 24er greifen beziehungsweise zum 35er, weil das ist auch richtig genial, was Landschaftsfotos angeht oder wenn du Produkte fotografierst. Also das ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Allrounder, 35 Millimeter mit der Offenblende 1.4. Knacke scharf ab Offenblende von Sigma zumindest, demzufolge, das ist auch sehr, sehr gut flexibel einsetzbar. Aber natürlich auch so ein 50 Millimeter, der Klassiker für Portraits oder das 85er, ein 85er 1.8 Objektiv, bietet natürlich den Vorteil, dass du wunderschöne Portraits damit fotografieren kannst, hast meistens ein tolles Bokeh, kannst damit auch Landschaften fotografieren, auch mal Produkte, klar, das geht auch, aber in der Regel benutzt du dann diese Brennweite dann schon für Portraits. Und für alle Landschaftsfotografen ist es natürlich auch immer so ein Thema Weitwinkel. Es gibt auch ein 20 Millimeter von Sony, ein 1.8, ein G, kein G Master, aber ein G Objektiv. Und es gibt auch ein 14 Millimeter, wenn man die Festbrennweiten mal durchgeht. Also da gibt es schon Möglichkeiten, um auch in verschiedenen Fotografie- und Filmbereichen dann durchaus mit Festbrennweiten auch glücklich zu werden. Aber die hatte ich nie in der Hand. Ich weiß nur, dass das 24er, weil ich es eben habe, sehr, sehr gut ist und ich auch mit dem 28er beziehungsweise mit dem 35er auch sehr, sehr viel mache. Das 50er ist wahrscheinlich wie bei den meisten in der Fototasche einfach mit dabei und wenn es sich ergibt, dann machst du damit auch mal ein Foto oder setzt es mal gezielt ein, um das fotografische Auge wieder zu üben. Denn, und da kommen wir zum letzten Punkt, was die Nachteile angeht, du musst dich bewegen, wenn du zoomen möchtest. Also möchtest du die Person näher fotografieren, musst du quasi näher herangehen. Oder wenn du ein Schloss fotografierst draußen, musst du quasi näher herankommen oder weiter weglaufen. Du musst dich bewegen, um den gewünschten Zoom-Effekt zu erreichen. Denn du hast ja kein Objektiv, was zoomen kann. Du kannst höchstens im Nachhinein hineinkroppen in das Bild. Das geht auch manchmal, aber es ist natürlich nicht vom Look, das, was du jetzt erreichen kannst, wenn du dich bewegst und mit der Kamera quasi dich entfernst oder näher heran zum Motiv kommst. Für mich halten sich die Nachteile durchaus in Grenzen und ich weiß in der Regel schon, wofür ich dann die Festbrennweiten einsetze. Also gerade, wie gesagt, für Portraits oder bei Hochzeiten oder für spezielle Kundenaufträge nutze ich durchaus lieber die Festbrennweiten, weil ich weiß, was ich bekomme. Und weil ich diesen Look auch schon sehr gut geübt habe. Zoom-Linsen sind dann eher für mich so die Ergänzung, wenn ich der Meinung bin, ich kann hier nicht näher heran oder ich möchte auch nicht näher heran, um vielleicht Tiere nicht zu stören oder auch meine Situation bei Portraits zu fotografieren, wo ich vielleicht nicht mega am Vordergrund sein möchte, sondern eher mich bedeckt im Hintergrund halten möchte. Dann macht so ein 70-200 durchaus Sinn und dann zieht auch dieses Argument wenig, dass ich mich quasi selbst bewegen muss, um das Motiv dann zu bekommen. Ja. Soweit so gut. Ich höre auf mit Reden. Das Video wird schon wieder viel zu lang, glaube ich. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen die Vorzüge, aber auch die Nachteile so ein bisschen der Festbrennweiten rüberbringen und vor allen Dingen auch euch erklären, weshalb ich selbst sehr, sehr gern auf Festbrennweiten zurückgreife, wo ich durchaus die Vorzüge sehe. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Lust darauf machen, dass du Festbrennweiten dir vielleicht mal anschaust, weil so ein 50mm oder das 28er von Sony, das ist nicht furchtbar teuer. Das ist wirklich inzwischen sehr günstig geworden, gerade gebraucht. Da lohnt es sich immer, beim Ebay mal reinzuschauen. Aber auch das 35er von Sigma. Das sind wirklich top Objektive, top Linsen, mit denen man wirklich sehr vielseitig, sehr viel machen kann. Und ich hoffe, das war ein bisschen inspirierend mit meinem Thema. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.